Simon, bist du bereit? I love you! Also, wir müssen uns auf die Golde Gipfel verleihen. Wir haben uns einmal etwas Spezielles über Leute, wie immer. Gedeicht, Interview zum Beispiel mit mir da gesehen. Oder einfach sagen, wer gewonnen hat. Also, wir sind gerade gegeben. Wir sind eine sehr spezielle Person. Da müssen wir auch eine spezielle Sache vorbereiten. Ja, das ist ein sehr geehrter Mensch. Einfach super. Lass dich aus dem Track an. Simon? Yeah, Faustus und Mick. Wenn ihr im Backtrack gefällt, dann wünschen wir euch mehr. Viel Spass für eurer WF. Meide Texte, über die ich auch fast schmerzt. Du bist mehr zu wüscher, verwie sind ein krass. Sind sie für eurer WU IKI? Ganz aber lecker, der ist so ein super. Wie er die Zeit an? Ja, da ist kein FU. Das ist ein guter Mensch. Das ist ein guter Mensch. Ja, das ist ein guter Mensch. Das ist ein guter Mensch. Das ist das Nio, das ist das Nio! Das war ein Koffer. Das war ein Koffer. Das war ein Koffer. Das war ein Koffer. Das Zimmer kommt, wird es gut. So vertreten. Immer, dass ich hinbekomme, dass die Sonne wieder greift. Sorry. Wir sind ja sushi. Ich kann sich nicht nur mit der Nähe. Ich muss es nicht anders sagen, ich muss es nicht in der Nähe, ich muss es nicht gerne glaube ich. Kann ich mich, ich kann mich mal schnauern. Ich hatte noch ein Sieg. Ich habe es nicht in der Nähe, ich habe es nicht in der Nähe, Ich spreche denn jeder voller Mensch weiss drauf, wenn er nur als so ein Kind sei, dich, dich und zwei. Wie ein Typ, wo Jungen leben und dich, und das für ihr. Von meiner Mannschaft, wo ich nicht geschrieben habe, aber auch in der Klasse hat sie nur tausend geschrieben. Sie hat sich da unten gut von unserer Klasse, wenn sie eins gut nicht kennt, dann heisst das alles geschrieben. Am Anfang, das ist inerlaut, wenn ich nicht meine Frau, nicht mit dem Weg mit dem Kopf. Wenn wir gut und die Gäste sind, ich habe keine Wünsche, alles in den Griff. Sie sind doch die Verbreitung, ich glaube, wir sind nicht die Verbreitung, die Dinge, die Volks, wenn sie die beste Männer, und die Befugung, wo ist du kein Herz? Ja, 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 ja. Warte, die Wiese!